Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess! Heute zeige ich euch wieder eine schnelle Weihnachtstorte und zwar ist es ein Rotkäppchen-Glühwein-Cheesecake mit Schoko-Zimt-Boden. Es ist ein etwas komplizierter Name, aber die Torte ist an sich überhaupt nicht kompliziert. Im Grunde ist es ein Käsekuchen mit einem Glühweinspiegel obenauf und einem leckeren Knusper-Keksboden, der ganz schnell zusammengerührt ist. Ja und die Torte ist einfach und schnell gemacht und hat obenauf natürlich auch noch eine wunderbare weihnachtliche Dekoration. Diese Torte ist auch für Anfänger geeignet und auch für Gestresste und alle anderen Torten verlinke ich euch gerne in meiner Weihnachts-Playlist hier oben auf dem kleinen i und auch hier unten in der Infobox findet ihr alle wichtigen Infos zur Torte. Auch den Link zu meinem Blog zum Rezept zum Ausdrucken, da müsst ihr jetzt nicht mitschreiben, aber bevor wir jetzt anfangen mit der Zubereitung des leckeren Krümelbodens, möchte ich euch noch darauf hinweisen, es gibt auch in diesem Video etwas zu gewinnen und zwar diese wunderschöne Backform. Die Gewinnfrage findet ihr auf dem Blog, einfach dort beantworten und auch hier nochmal in die Kommentare schreiben, dann habt ihr nämlich die doppelte Gewinnchance und den Hashtag SCCC22 nicht vergessen, damit ich weiß, dass ihr mitmachen wollt. Viel Glück dafür und wir starten in die Zubereitung. Ich bereite dieses Rezept in einer 26er Springform zu und habe mir hier schon ein Backpapier eingespannt, weil ich nachher eventuell den Boden noch verheben möchte auf eine andere Platte. Das ist zwar eine Form, bei der man auch den Boden als Platte verwenden kann, aber ich will es ja nicht immer auf derselben Platte euch zeigen, deswegen Backpapier einspannen, wenn ihr das machen wollt und dann kriegt ihr nachher den Boden auch vernünftig verhoben. Da könnt ihr nämlich mit dem Tortenretter dann runterfahren und dann klappt das auch. Ihr könnt auch schon mal den Ofen vorheizen auf 175 Grad Ober-Unterhitze oder 150 Grad Umluft ungefähr, denn das Rezept ist ziemlich schnell zubereitet und kann dann auch gleich gebacken werden. Das stellen wir uns gerade beiseite. Ich habe jetzt hier 200 Gramm Schokobutterkekse. Da könnt ihr natürlich auch eure Lieblingskekse verwenden oder andere, zum Beispiel Spekulatios würde auch gut passen. Die zerkleinern wir uns gerade fein. Gerade hier in die Schüssel geben. Jetzt gebe ich noch zwei Teelöffel Zimt dazu. Das könnt ihr auch nach Belieben variieren. Wie ihr das gerne hättet. Hier könnt ihr noch weglassen, dann kann man diesen Kuchen auch über das ganze Jahr backen, zum Beispiel. Bisschen vermischen. Bevor wir jetzt die Butter hinzugeben. Und zwar 100 Gramm zerlassene Butter. Und auch die Menge der Butter kann so ein bisschen variieren. Einfach je nachdem, wie die Kekse so beschaffen sind. Es kann auch mal ein bisschen weniger nötig sein oder etwas mehr. Selbstverständlich könnt ihr auch einen Schokomürbeteig zubereiten für diesen Kuchen. Das passt auch sehr gut dazu. Wenn sich das Ganze so ein bisschen zusammendrücken lässt, dann ist es richtig und wir können es in unsere vorbereitete Form geben. Auf geht's! Und jetzt in der Form einfach festdrücken, möglichst gleichmäßig. Also gerade erst mal verteilen. Ich habe übrigens gerade die Masse mal probiert, also schmeckt jetzt nicht so arg nach Zimt. Wer noch mehr Zimtgeschmack möchte, kann ruhig noch mehr nehmen, vielleicht bis zu einem Esslöffel. Je gleichmäßiger ihr den Boden hier festdrückt, desto schöner wird natürlich nachher auch die Torte aussehen. Sehr schön, wir haben alles festgedrückt. Jetzt können wir uns um die Füllung kümmern. Für die Füllung geben wir uns erst mal vier mittelgroße Eier, zimmerwarm, in eine Schüssel. Geben 200 Gramm Zucker hinzu. Und natürlich unsere beliebte Prise Salz. Verrühren die Eier mit dem Zucker so ein bisschen. So, das reicht schon. Es sollte jetzt nicht großartig schaumig geschlagen werden. Jetzt kommt der Frischkäse hinzu bei einem Cheesecake. Ihr könnt aber auch eine Mischung aus Quark und Mascarpone zum Beispiel verwenden oder nur Quark, das ist ganz egal. Ich nehme jetzt 800 Gramm Frischkäse, Lieblingsfrischkäse am besten nehmen, der euch gut schmeckt. Und dann kommen noch 200 Gramm saure Sahne hinzu. Den Frischkäse gerade mit der Masse verrühren. Erstmal vielleicht mit dem Spatel und dann nachher mit dem Schneebesen. Die saure Sahne kommt auch noch hinzu. Die saure Sahne noch hinzu. 200 Gramm, gerade noch mit Unterröhren. Jetzt können wir auch nochmal unseren Schneebesen verwenden. Die Masse sollte nicht zu luftig geschlagen werden, sondern einfach nur verrührt werden, homogen. Ja, und für die weihnachtliche Note kommt jetzt noch der Abrieb einer halben oder ganzen Bio-Zitrone und einer Bio-Orange mit hinzu. Ich nehme jetzt hier von der Orange ungefähr die Hälfte. Das kann man auch ganz nach Geschmack machen. Einfach abschmecken, die Creme dann. Und dann merkt man ja, ist mir das genug oder nicht. Und jetzt noch die Zitrone. Ich glaube, da nehme ich auch die Hälfte. Darauf achten, dass ihr das Weiße nicht mit abreibt, denn sonst schmeckt die Zitrone bitter. Und was jetzt noch fehlt für das weihnachtliche Aroma, ist etwas echte Vanille. Da habe ich mir das Mark von einer Schote ausgekratzt. Einfach längs aufschlitzen und rauskratzen mit dem Messer. Und die ausgekratzten Schoten nicht wegwerfen. Die kann man auch für einen Vanillepudding verwenden oder aber sie trocknen lassen in einem Glas mit Zucker. Dann hat man einen selbstgemachten Vanillezucker. Ab und zu mal das Glas schütteln und wunderbar, müsst ihr nicht mehr kaufen. Wer keine echte Vanille verwenden will, der kann auch einfach einen Vanillezucker verwenden. Das gerade noch unterrühren. Und ihr seht wunderschön jetzt, wie jetzt hier die Pünktchen sich alle in der Creme verbreiten. Und das muss eine wunderbare weihnachtliche Creme ja unbedingt haben. So, und zu guter Letzt noch den Saft der halben Zitrone, ungefähr 10 Milliliter oder je nach Geschmack, je nachdem wie groß die Zitrone ist. Und noch etwas natürlich Orangensaft. Einfach so ein bisschen was. Das noch gerade mit hineinrühren, beides. Und unsere wunderbare Füllung für den Käsekuchen ist fertig. Einfach auf den Boden geben. Und die Füllung duftet schon richtig lecker weihnachtlich. Und jetzt kommt der Kuchen bei 175 Grad Ober-Unterhitze oder 150 Grad Umluft für ungefähr eine Stunde in den vorgeheizten Backofen. Ungefähr in die Mitte oder auf die zweite Schiene von unten. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr dann nach der Backzeit den Kuchen nicht direkt rausholt. Denn sonst könnte er reißen. Wir wollen ja unsere Oberfläche möglichst glatt haben und nicht gerissen. Also wirklich langsam abkühlen lassen. Am besten den Ofen einfach ausschalten. Vielleicht die Tür einen Spalt breit öffnen. Auf keinen Fall direkt rausholen. Sonst reißt halt die Oberfläche ganz gerne mal. Vielleicht auch nochmal ein paar Mal aufstucken, dass die Luftblasen nach oben entweichen können. Und ja, los geht's. Wir backen ihn. Der Käsekuchen war bei mir noch lange im geschlossenen Ofen. Ich habe ihn einfach nach 55 Minuten ausgestellt. Ich habe auch während der Backzeit die Temperatur etwas runtergestellt. Ihr seht, hier ist ein bisschen zu dunkel geworden. Und als ich das gesehen habe, dann habe ich einfach auf 140 Grad Umluft umgestellt. Also am besten gleich möglichst niedrig backen und dann einfach im ausgeschalteten Ofen stehen lassen, bis der Kuchen wirklich ganz ausgekühlt ist oder zumindest wirklich sich gesetzt hat. Denn dann reißt er uns auch nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Rezept. Sonst können wir natürlich keinen schönen Spiegel machen. Ich habe ihn dann später in den Kühlschrank gestellt, mit einer Haube abgedeckt. Und jetzt ist er super schön fest und wir können uns um den Glühweinspiegel kümmern. Und das wird natürlich dann das Highlight für dieses Rezept. Der Kuchen bleibt fürs Erste in der Form und wir bereiten uns den Glühweinguss zu. Ich habe hier zwei Päckchen roter Tortenguss, vermischt mit etwas Zucker. Ganz nach Belieben, da könnt ihr zwei Esslöffel nehmen, aber auch ein mehr. Einfach nachher dann auch abschmecken. Das kann Vanillezucker sein, das kann auch einfacher Zucker sein. Und sobald das vermischt ist, können wir das hier in unseren kalten Glühwein geben. Oder auch Kinderpunsch oder auch zum Beispiel Cranberrysaft. Passt auch wunderbar dazu. Gerade mit einrühren. Das alles schön klümpchenfrei verrührt ist. Und das kochen wir uns jetzt auf dem Herd auf. Lassen es unterrühren, eine Minute kochen. Nehmen es dann vom Herd und geben es über die Torte. Unterrühren aufkochen. Ganz wichtig, damit keine Klümpchen entstehen. Und sobald der Guss aufgekocht ist, dann eine Minute weiter kochen lassen. Weiter unterrühren und dann vom Feuer nehmen. Sobald der Guss so schön sprudelnd kocht, eine Minute kochen lassen. Weiter unterrühren. Und sobald die Minute rum ist, nehmen wir uns den Guss vom Feuer, lassen ihn ein wenig abkühlen. Und dann kommt er über einen Löffel gegossen auf die Torte. Jetzt noch schauen, dass sich alles gut verteilt, dass wir wirklich eine glatte Oberfläche haben. Also wirklich auch hier in die Ecken jetzt so ein bisschen verteilen. Perfekt. Und jetzt müssen wir warten, bis der Guss gefestigt ist. Und danach können wir dann die Torte aus der Form lösen. Und falls Luftbläschen entstanden sind vom Rühren, dann könnt ihr die mit dem Zahnstocher gerade aufstechen. Vorsichtig, solange das Ganze noch heiß ist. Aber Vorsicht, nicht zu lang machen. Das geht ziemlich schnell, dass der Guss anzieht. So, während meine Torte anzieht, habe ich mir noch einige Cranberries in Sirup ziehen lassen. Dafür kocht man sich einfach einen Zuckersirup, lässt die Cranberries darin zwölf Stunden ziehen und lässt sie dann ein bisschen abtropfen und wälzt sie dann einfach in Zucker. Und dann sehen sie so aus. Wunderschöne gezuckerte Cranberries kann man dann als Tortendeko super verwenden. So, wunderbar. Das Umsetzen ging jetzt ganz leicht. Ich habe einfach einen Tortenretter verwendet und das Backpapier dann entfernt. Ich teile mir die Torte wie immer ein, damit ich genau sehen kann, wie ich dekorieren muss. So, wunderschön. Zur Dekoration werde ich jetzt diese Pralinen verwenden. Die sind schön klein. Und natürlich meine gezuckerten Cranberries. Und ich habe aus dem Garten noch ein paar Rosmarinzweige abgeschnitten. Die kommen auch noch mit drauf. Das sieht schön weihnachtlich aus. Und natürlich könnt ihr jetzt auch hier noch Sahnerosetten aufspritzen. Aber da das eine modernere Torte ist, mache ich das einfach nicht. Sondern ich werde jetzt gerade einfach die Pralinen erstmal aufsetzen. Sieht schon mal wunderschön aus. So, und auf jedes zweite Stück kommt jetzt noch ein Rosmarinzweig. Den lege ich einfach so drauf. Die habe ich mir gerade heute Morgen abgeschnitten aus dem Garten. So, wunderschön. Sehr weihnachtlich. Und jetzt fehlen natürlich noch unsere Cranberries. Und meine Torte ist fertig. So, dann will ich das Törtchen mal für euch probieren. Ich habe ja schon einen leckeren Kaffee gekocht. Und da kommt unser super leckerer Rotwein Käsekuchen. Echt klasse. Sieht super lecker aus. Die Farbkombination. Dunkel und dann dieses Pastelgelb und das Rot. Weihnachtlich Rot. Superschön. Ich freue mich aufs Probieren, wie immer. Geht durch wie Butter. Ich finde, die Farben sind wahnsinnig schön. Probieren. Schaut euch mal diese Farben an. Was soll ich sagen? Ich liebe ja Käsekuchen. Jeglicher Art. Und dieses Jahr hier ist was ganz Besonderes mit dem Glühwein Spiegel obenauf. Das ist wirklich super traumhaft. Das war mein Rotkäppchen Käsekuchen. Ein tolles Rezept für die Feiertage. Aber natürlich mit abgewandelten Zutaten auch für das ganze Jahr. Ein super Rezept. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr werdet jetzt einmal nachbacken. Dann schickt mir gerne eure Fotos auf Facebook und auf Instagram. Die Links dazu findet ihr wie immer hier unten in der Infobox. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Ausdrucken und natürlich zum Gewinnspiel. Macht's gut. Viel Spaß beim Backen. Viel Glück. Und Tschüss. 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 Tschüss.